ja du kannst schon mal den kurzfristigen buff machen so hier waren die doofen zivilisten hier kam gleich der goldene drache weg so da war nichts aber nichts aber nichts den raum haben wir leer gemacht hier hat uns der goldene drache überrascht das heißt hier was ist das immer kriegen nicht so wirklich viel schaden der kann verzaubert werden der kann weg er kann weg 290 gold das packen wir nicht an hier könnte eventuell noch eine zweite ladung anschätzen drin sein das heißt sie müssen es einmal leer machen 800 boah was für eine ramsch geht es war 1500 sowie das ist keine zweite seite drin ist es nicht also was kann weg das kann weg das kann weg die ganzen äxte können eigentlich auf weg oh denn gürtel sollte mal repariert werden das da 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 was habt ihr eigentlich so am gürtel in glück plus 10 5 und intellektion charisma also für sie effektiv nur plus 5 charisma ja wir brauchen definitiv bessere gürtel da war schon diese falle ein knüppel ein dornen knüppel ok sind die ganzen gegner und wir sollen eigentlich hier unten wow was war das was war komisch was ist ein teleporter komm raus da wir bewegen uns keinen schritt in die richtung wir töten erstmal alles was hier ist und da kommt eine menge raus ach zivilist doa doa zivilist so weg mit dir vorsichtig weg mit dir wir haben ihn nicht gehauen ja auf dem feld wo er gerade rüber gelaufen ist ist ein teleporter warum kriegst du schon wieder schaden das heißt hier muss irgendwo ein knopf oder so sein was äh versuch mal rüber zu springen wow ok ist ja vielleicht keine so gute idee da sind ganz schön viele von denen stopp einer ist versteinert du ein steiner gerogon sieht ganz schön komisch aus wenn er versteinert ist so und hier dadurch haben wir aber auch gelernt dass diese blauen medusen auch schon versteinern können und nicht nur die roten da sind da sind richtig viele rote punkte seht ihr das und da ist bestimmt auch der gesuchte also wirklich groß scheint es hier nicht zu sein dafür nur mit ein zwei garstigen überraschungen wie dem drachen und den wart ihr schon vorher da kommt weg in euch also wie der drache zum beispiel der teleporter oder diese komischen fallen auf dem boden oh oh du ein steiner sie raus hier ja ok also nochmal raus nochmal schlafen und dann versuchen wir langsam den großen Raum da klein zu kriegen schlafen schlafen du brauchst das gar nicht du machst den da können wir jetzt direkt links rum gehen ja sehr gut so ich fahr noch nicht runter ich will erstmal noch fackellicht haben damit ich ordentlich sehen kann dazu muss talanerwässer aktiv werden so fackellicht und ich hätte gerne einen anderen buff so jetzt können wir runterfahren da sind schon die ersten hau 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 bei dem kleinen kram hier können wir ruhig mit nahkampf auf alles machen so nichts drin hier kommt mit der jedes mal an die 100 gold ist will ich nicht verachten hast ein doofer zivilist so jetzt ne oh vor allem die ganzen zivilisten da drin so ich hoffe die kommen jetzt einigermaßen einzeln da oh da raus eventuell müssen wir doch ein zwei von den harmlosen passanten umbringen aber ich würde da richtig gerne in entfernung reinschmeißen obwohl so geht das auch einigermaßen oh hallo gogo bye bye gogo so jeden moment kann einer von der nave reinspringen in den grünlingen genau oh versteinert tu sofort sie entsteinern komm 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 weg weg schon so sehen wir besonders viele rote punkte noch du oh doofer fackel was ah ok wir stecken gerade eine lampe fest so da ist ein käfig da ist doch bestimmt doch unser gesuchter drin genau emmanuel kravitz und wir haben keinen platz zaubermeisterin entlassen und wir haben kravitz dabei oh hatten wir die ganze zeit dabei ich habe vergessen zu gucken ob wir hier scrollen können im sechsten teil schon also im siebten teil hatten wir teilweise neun begleiter dabei zwei reguläre und sieben zwerge zum beispiel aber ich bin mir nicht sicher ob es hier im sechsten geht deswegen hätten wir eventuell sie gar nicht entlassen müssen na gut kisten das sind doch mal ordentliche kisten nicht so ein rammsch wie vorher noch was jo aber nichts wertvolles schmeißen wir mal hin schmeißen wir mal weg so mystiker starb der implosion das kann weg geschickt plus 13 ich weiß es nicht ich weiß es nicht oh aha das kann weg so der geschicklichkeit plus 13 ring wird gleich angezogen und die können wir später hin und her reichen je nachdem wer gerade 30 geschicklichkeit braucht äh er kommt jetzt nämlich gerade auf 31 oh sternenbogen das sieht gut aus weg oh 3500 wir haben nicht so viel Platz ok 200 ist ramsch 100 ist ramsch da findest du den mit so können wir mit euch noch irgendwas machen nein aber und so war da gerade jemand gekehnt das der dungeon ist sehr komisch wir haben noch eine Gefahr also mindestens eine Gefahr bei uns hier im gefühl sozusagen also es ist noch gelb und nicht grün heißt hier müsste noch irgendwo was sein weiß nur nicht wo oh doch ich glaube hier gab es ein easter egg äh aber das lassen wir mal lieber davon wissen unsere helden nichts also gehen wir einfach raus geben den jungen mann mit der interessanten frisur bei seiner frau ab du fliegen und gucken dann mal ob wir ein zwei level ups drin haben wobei die zeiten wo wir ein zwei drei level ups hintereinander hatten sind glaube ich langsam vorbei sind ja doch schon ziemlich hoch was stufen angeht man kann nie wissen also wo war deine frau hallo wie geht's oh hallo das ist nicht deine frau schön dass du da bist das ist deine frau suchauftrag oh hab dank dass du mir mein immanuel zurückgebracht hast nichts in dieser welt wird so viel für mich wie er hier nimm diese belohnung 500 gold ich weiß es ist nicht viel aber du hast es verdient ich habe milliarden gold stücke verdient du na gut ähm was übrigens gerade talana die gesprochen hat und wir haben auch schon fast 100.000 also gold ist nicht mehr ganz so wichtig was wichtig ist dass unsere helden schlafen denn sie sehen ziemlich müde aus und dass wir eine neue zaubermeisterin bekommen rechtsanwalt schön dass du da bist für alle charaktere 8 punkte bonus auf diplomatie bodo der rechtsanwalt mhm nein expertenheiler angestellter pirat ach nö lass mal wir gehen schlafen was wie knallt dazu geht ja mal gar nicht Gepäck schlafen wo weiß äh stufenaufstieg haben wir da was ja haben wir das heißt wir gehen zu unserem lieblings stufenaufstiegsplatz in freehaven mhm eine stufe eine stufe eine stufe eine stufe das ist okay und jetzt sache verkaufen ganz ganz viele sachen verkaufen äh rüstungshändler waffenhändler die waren vom Norden her Richtung Süden in diesen Seitendingern drin genau hier also du verkauf waffen 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 das müssen wir vielleicht noch identifizieren lassen war hier nicht auch ein rüstungshändler? ah ja da unten neb 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 so verkaufen weg 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 das zeug bist beim kitschhändler die müssen noch identifiziert werden bäh ja Spezial am Brust was hast du? Präzisionsbogen kaum nimmt das da äh was habt ihr noch so? Zauberbogen Spezial am Brust ist besser die haben teilweise ganz schön schlechte Armbrüste wobei warte mal Gerogon sollte den besten Bogen haben weil er ja nicht zaubern kann das 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 so du bist ein plus elf Schwert das sollte verzaubert werden du bist ein plus zwei Schwert das sollte einfach nur weg die Äxte können alle weg Zwergen Axt Zwergen Axt ist nur eine plus acht Axt so Platz machen weg 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 die ganzen Sachen müssen auch noch zu ihr zaubern 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 17 Glück das ist eine Menge aber wieder ohne sie knappe charirmat wie Also ja, wenn wir Bögen finden, die Stats bringen, dann auf jeden Fall anziehen. Also gerade bei den drei Damen. Die benutzen die Bögen ja nicht wirklich häufig. Aber die Stats kriegen sie trotzdem. So, du. Verzaubern das tolle Schwert. Plus 5 Punkte Giftschaden. Das ist aber nicht so toll wie ein Löwenherzschwert. Aber ist schon mal mehr wert. So. Du hast auch noch ganz viele Äxte. Gönnen alle weg bis auf die da. Das ist nämlich Snaggled, sagst. Ausdauer plus 11. Was hast du? Intellect plus 10 Intellect hast du langsam genug. Du brauchst eher mehr Ausdauer. Das kann also auch weg. Die ganzen Äxte können wieder zu ihr. Flöte. Den Implosionsstab hätte ich auch ganz gerne bei ihm. Damit, falls wir mal auf Gegner treffen, er wirklich nur durch die Magie beschädigt werden kann. Und wir brauchen jedes bisschen an Schaden, dass er auch was machen kann. Gut. Nehmt ja langsam geordnete Formen an hier. Aha. Die Todeskeule könnte verzaubert werden. Damit wir eventuell eine tolle Neuwaffe für Lay bekommen. Du verzaubern Todeskeule. Verdoppelt Schaden gegen Dämonen. Ich habe nicht wirklich Lust, das durchzuwechseln. Je nachdem, was für Gegnertypen wir haben.